Was geht ab? Wir sind wieder back wie immer. Wir vier wie die Angst auf Englisch. Heute mit einem neuen Recap Video, nämlich vom Juni. Einige Spänger wurden gesippt in diesem Monat. Wir lassen euch jetzt mal wieder einen Blick drauf werfen, wie haben sich die Whiskys verändert? Sind sie besser geworden oder schlechter? Sind sie ausverkauft oder im Sale? Und natürlich zippen wir auch wieder was Nices dazu. Mehr dazu später. Weil es ist natürlich wieder Teil unseres Videos. Facts. Also Sorge! Und so einen Staubenset gerne her. Salzigwaffel. Wie es soll es auch anders sein. Wahrscheinlich wird es jeden Monat, in jedem Jahr bei uns so was geben. Und zwar einen Killhoman. Preis. Der Cognac-Kreislich lag da auch bei ungefähr 100 Euro. War was cooles, neues. Also diese Cognac-Fastreifung. Aber es sind nicht der krasseste Killhoman, den wir haben. Und zwar auch 100 Euro. Wenn du überlegst, auch der Love Gorm ist halt schon geiler. Die ganze Standard-Range ist eigentlich geiler. Ich habe was Besonderes. Kann man ahnen, als Fan muss man nicht. Also auf jeden Fall nicht die geilste Preis-Leistungs-Über-Quali. Wenn einem der Killhoman-Charakter gefällt, dann passt er gut mit rein. Vor allem passt er gut mit in die Sammlung, mit so einer geilen gelben Brust. Das sind Fakten. Aber jetzt einfach nur rein geschmacklich kaufen für den Preis würde ich jetzt nicht nochmal. Ja, aber ich glaube insgesamt muss man sagen, abgesehen vom Preis ist es einfach ein Whisky, der sich bei einem Fan durchaus sehen lassen muss. Den man auch dann probiert haben muss. Einfach weil er dazugehört. Und dann finde ich ihn auch eigentlich ziemlich geil. Und deswegen macht man auch mit dem nichts falsch. Es muss einem preislich wert sein. Als Fan ist man das oft. Aber der Nächste, der jetzt kommt, ich denke, dass sind wir uns alle einig. Bin ich gespannt. Ich weiß es nicht gar nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, den kann man immer in jedem Regal benötigen. Ah, nee, Alter. Ah, Goddamn. Warum sind wir eigentlich nicht den heute hier, Alter? Track Ehrlichie 23. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, im Video kam es schon auch so rüber, wie ich glaube, jetzt gerade. Ja, auf jeden Fall. Danach hat er, habe ich mal gesehen, im Sale, 214 Euro, dass ich den da nicht geholt hat. Also bereue ich es bitte. Also wirklich. Also ich bereue es jetzt schon. Ja, man muss schon sagen, auch für den aktuellen Preis, wie man jetzt auch wieder bekommt, so sagen wir mal 260 bis 280 Euro. Auch dafür ist eine Waffe. Dafür haben wir ihn auch geklickt. Genau. Und dafür hat er übelst abgeliefert. Als wir dann gehört haben, 215, 220 Euro, ja, dann muss man einfach holen, zum Glauben, absolutes Deal. Aber auch ein absolut geiles Teil. Man muss auf diesen dreckigen Charakter ein bisschen stehen. Aber wer, ähnlich wie bei Killhoman, wer diese Brennerei fühlt, der muss sich diesen Whisky holen, der muss diesen Whisky sippen. Klar kann man dann wieder sagen, ja, es gibt den 17er für den Überstil, aber der 23er ist dann doch noch was ganz anderes. Man kann es nicht ganz vergleichen, das eine ist ein Überstil, aber der ist genauso ein Überstil. Ja, auf jeden Fall. Der wird sowas von gekroppt. Nochmal. Also, ganz die gefangen. Und der wird auf jeden Fall auch noch in meinem Schrank landen. Und der auch abgeliefert hat, war nämlich ihr. Und zwar mit einem geilen Kommentar. Und zwar von Stefan Krämer. CrackElechy23 oder zwei Flaschen Arbic Barbecue. Natürlich CrackElechy23 nach eurem Video zum Einreiben. Also, aber ich würde auch einen halben von dem nehmen. Ja, eins. Der ist zu krass, Alter. Den mit einem bizarr BQ zu vergleichen, grenzt schon ein bisschen. Alles schon ein bisschen brech. CrackElechy23. Weiter geht's. Mit dem nächsten. Kann ja fast nicht besser werden. Wird zwar leider nicht. Aber wir haben hier einen Dalluin 12. Smoke & Whisky Einzelfassabfüllung. Den haben wir aber auch richtig leer getrunken. Kurz mal angesippt nochmal nach dem Video. Zwischenzeitlich ja auch im Sale für 69 Euro. Fazit so ein bisschen im Video auch. Gut, man bekommt einen 12-jährigen Single Cask für 70 Euro. Ist auch nicht immer der Fall. Eigentlich ein guter Preis. Refill Hockey. Der war ja auch nicht schlecht. Der war einfach nur auch nicht überragend. Genau so finde ich es auch. Er hat mich nicht dazu bewegt, ihn unbedingt nochmal zu sippen. Und das sieht man glaube ich auch an der Flasche. Sie ist einfach auch nicht leerer geworden. Insgesamt. Fazit ist klar. Den nachher ein Crack-Alehy ist auch unverschämt. Aber ist ein geiler Whisky für einen 12-jährigen Single Cask. Das soll gar nicht irgendwie jetzt zu negativ klingen. Ist ein sehr guter Whisky für einen guten Preis. Jetzt auch so. Gerne. Wer auf nicht fasslastige Whisky steht, sondern viel auf Bernal Cut setzt, der findet mich richtig fett. Der ist hier richtig. Also er ist nicht mega komplex. Er ist aber auf jeden Fall sein Geld wert. 69 Euro vor allem jetzt im Sale. Kann man sich auf jeden Fall koppen. 69 Euro ist halt auch ein nicer Preis. Aber weißt du was auch nice ist? Für Like-Button gibt es nur einen Sound. Geil. Nice. Testen wir zum nächsten Whisky. Das ist nicht okay. Aber sein Geld absolut nicht mehr. Er findet ihn eigentlich in Ordnung. Ja. Wir haben jetzt vor dem Videodreh gerade auch gesagt, welchen Sipp man nebenher? Verrate ich jetzt noch nicht. Der wurde auch genannt. Aber bei mir war es im Kopf schon so, hm. Weiß nicht. Ja. Es gibt halt einfach viel bessere Mordlachs, die jünger sind und deutlich günstiger. Und der ist halt mit seinen 20 Jahren, klingt natürlich geil. Aber der Preis von 200, eigentlich nur über 200 Euro sogar. Und jetzt nicht gerade irgendwo mal im Angebot. Er hat schon keine Fehltnote. Das ist nett. Aber er bringt auch nicht so viel, dass er halt echt die 200 Euro irgendwie gerechtfertigt wird. Du zahlst hier knapp über 200 Euro. Du zahlst hier im Sale knapp über 200 Euro. Und jetzt will ich einmal von uns wissen, wer würde dem dem vorziehen. Vergleich das noch einmal. Ja, das ist das, was glaube ich den Whisky mir am besten beschreibt, wie unsere Gefühlslage dazu ist. Dass er einfach für den Preis nicht das liefert, was ein Whisky liefern kann. Und zwar haben wir hier auch noch einen nice Kommentar von Markus. Shoutout. Und zwar hat er geschrieben, RIP. Wer das Video nachts mit Alexa schaut, gebe ich dir vollkommen recht, da ist Feierabend. Und wer nicht weiß, worum es jetzt hier gerade geht, schaut euch das Video einfach mal aus. Und jetzt macht's. Oh. Kai ist sein Baby. Kai ist ein geiles Teil. Absolut. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen alten Glas haben. Ich finde, das einzige Problem, das ich mit dem Whisky habe, ist, dass ich etwas anderes erwarte. Bei Sherry und Sorterne. Und dann kommt der rüber, wie halt ein klassischer rauchiger Whisky so ein bisschen. Nicht so fastlastig eigentlich. Ja, genau. Wir haben uns ja auch dafür entschieden, den jetzt zu sippen. Und jetzt, wo ich ihn auch wieder sippe, finde ich ihn auch echt geil. Macht Bock. Aber wenn ich an dem Preis denke, macht er dann nicht mehr ganz so Bock. Weil der war halt schon bei 100 bis knapp über 100 Euro. Ist halt doch ein bisschen viel für das, was er liefert. Wobei ich sagen muss, dass das Ding, wenn man auf rauchigen Whisky steht und ich finde, der bringt so eine geile rauchige Süße rüber. Ich habe den jetzt seit dem Video, seit dem Dreh ein paar Mal daheim gesippt. Und jedes Mal denke ich mir, ah ja. Weil ich denke mir immer, ich muss ihn noch mal, ich muss ihn doch noch mal probieren. Und jedes Mal überzeugt er mich dann doch wieder, dass ich einfach sagen muss, nee, dann habe ich auch für knapp 100 Euro nichts falsch gemacht. Sondern der kommt immer in die längere Auswahl daheim. Fakten. Also man wird nicht enttäuscht, wenn man ihn sich kauft für 100 Euro. Aber es gibt natürlich deutlich geilere für 100 Euro. Das ist halt so irgendwie ein bisschen das Produkt zum Krillhauten Cognac. Das sind beide nice, aber es sind beide auch nicht die krassesten von mir. Fast, ganz dick effects. Next bottle, oder? Next bottle? Gerne. Ja. Tut zum Thema überteuerte Scheiße an. Wobei, doch, ja. Es ist ein interessanter Punkt. Wird es die ganzen schlechteren Komitee-Abfüllungen nicht geben, würde ich sagen, ja. Da sie es gibt, würde ich sagen, nein. Ja, das ist echt schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Weil im Vergleich zu den anderen, die viel mehr kosten und viel weniger können, ist ja geil. Aber es sind halt trotzdem, ja, No Age Statement, 46 Prozent. Und trotzdem sind wir bei Minimum 80 Euro. Also mehr sollte man auf jeden Fall auch nicht ausgeben. Wobei, wir reden ja über dann doch einen Liter, das kommt dann schon nochmal dazu. Ansonsten muss man sagen, 80 Euro für den, oder vielleicht dann, wenn wir ihn jetzt jetzt schon, dann nehme ich die 100 Euro. Oder ein Koyak. Also gewinnt halt wirklich nur im direkten Vergleich gegen die Komitee-Abfüllungen. Genau, richtig. Facts. Aber sonst wäre es auch nicht, ja, den, den man unbedingt braucht. Ganz genau. Ganz genau. Ja, letztlich wäre es schon eher bei dem nächsten der Fall. So. Und zwar haben wir hier in meinen Augen das Gegenteil von dem Preis-Leistungs-Leer. Weil man natürlich auf Birben steht. Aber mindestens zwei von uns tun das, ja. Perfekt. Und auch bezahlbar ist. Also ich muss sagen, für den Birben finde ich ihn gar nicht schlecht. Aber eigentlich haben die zwei Birben-Fans das eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Perfekt. Und wir können fast übergehen zur nächsten Bottle, würde ich sagen, oder? Ja. Glendronach 1962. Ui. Alter. Stefan, schau da, Alter. Ja. Aber was sagt man zu dem Glendronach 1962? Also wir haben ihn nur im Video bislang gesippt. Ja. Alsweit trinkst du nicht täglich. Das hat aber auch gereicht, Alter. Ja. Also er war fett. Ja. Aber er kostet halt, wenn man online jetzt mal schaue, Whisky-Base oder sonst was. Ja. Steht halt mal eine 2000 dran. Ja. Niemals, Alter. Keine Welt. Also das ist geil, weil er ja auch Minimum 18 Jahre hat. Alleine aus dem Grund liefert er ja schon relativ gut ab. Aber das geilste daran natürlich einfach so dieser Gedanke 1962. Ja. Also zwei Jahre bevor Zack geboren wurde. Auf jeden Fall so ungefähr. Also es gibt zwei Sachen, die mich extrem an dem Aal stören. Und das ist einmal der Schraubverschluss und das zweite ist der Preis. Ja, wobei man sagen muss, dass der Preis damals natürlich ein ganz ganz anderer war. Und der jetzt, wir reden hier über fast 60 Jahre später, ist es schon nochmal klar, dass der Preis ein anderer ist. Und der ist auch nicht gerechtfertigt für das, was in der Flasche drin ist. Aber ein 62er Glendroh nachzusippen. Puh, das kann man sich in seiner... Du hast vorhin schon mal den Haken gemacht und ich würde den jetzt auch einen Haken machen. Absolut wie fuck man. Was soll das? Also das ist... Er wird nicht so oft vorkommen. Ne, dazu haben wir auch einen passenden Kommentar. Ab von Bruno Bär. Geiler Scheiß, was man für 2K aber sonst noch machen könnte. Zum Beispiel ein Escort Service für das Wetter. Sollte schon drin sein. Habe ich bis jetzt noch nie bestellt, aber wenn du es weißt, dann vertrauen wir dir, Bruni. Wir haben nur noch eine Botte, oder? Eines der Highlights. Aber es muss denn bei den ganzen fragwürdigen Dingen... Ja, es war eine Leistung, muss so einer auch noch kommen. Genau, es waren jetzt ein paar dabei, die dann doch enttäuscht haben. Der? Nicht. Auch nicht 17 Jahre. Schau dir das Video an, wenn du es nicht gemacht hast. Das Teil lohnt sich so dermaßen. Oh ne, wir zahlen. Alter, alter. Also das ist einer der bislang krassesten Whiskys. Preisleistungsmäßig lief. Definitiv. Das sind ganz, ganz die Fakten. Und da kann man eigentlich auch wirklich nicht mehr viel mehr dazu sagen. Außer, dass man abonnieren soll. Ja, genau. Wer den nicht kockt, wird gemaut. Echt? Ja, wer nicht abonniert, wird kastriert. Ganz genau. Dieser Über-Aal. Dieser Lachs. Dieser geile Karpfen. Der Rochen, alter. Der liegt bei 150 Euro, was man kaum glauben kann. Ja, das ist echt krass. Und selbst 160 Euro holt ja immer noch ein Stäbchen, Alter. 17 Jahre Heidenpark in Faschstärke mit einer verdammten Blumenvase. Also was für ihn und für sie. Sehr geil. Ich will jetzt nämlich von euch wissen, wer gewinnt in diesem Monat und wer verliert. Welchen würdest du auf keinen Fall kaufen? Wen sagst du jetzt mit du? Wen sprichst du an? Einen von euch scheiß Haufen. Zuallererst, welchen davon würdet ihr auf keinen Fall holen? Ihr kennt die Preise. Mit Preis. Welcher wäre es nicht wert? Ja, da kommen bei mir nur zwei in Frage. Eigentlich muss man auf den gehen. Leider, es schmerzt mich zwar übelst, aber es muss leider der sein. Zweite Wahl wäre der. Bei mir auch, ja. Und jetzt geht es noch um den Gewinner. Wie viele Stimmen habe ich? Tatsächlich übelst schwer. Also wenn man alles wieder mit einbezieht. Preis, Preis-Leistung, alles komplett. Für mich gibt es nur zwei. Also gerade Preis kannst du den halt nicht mit reinnehmen. Richtig. Deswegen kommen nur die beiden hier in Frage. Ganz lege Fakten. Ich denke, die kommen für alle vier von uns in Frage. Nein. Was? Ich nehme als einzigen den Job. Hey! Was denn groß, Alter? Geht mir heim, Alter. Wo bist du denn? Ich habe 90 gezahlt. Hier zahle ich im Normalpreis 250 bis 260 und hier 150. Der Hund? Der ist für mich ganz klar gesetzt. Der ist übelst geil. Steht außer Frage. Aber 250 für den Whisky, sorry, ist er wert. Aber gebe ich nicht immer aus. Und 90, mittlerweile ein bisschen mehr, ist er für mich in allemal wert. Selbst 110 wäre er für mich wert. Ich habe den ein paar Mal gedruckt. Ich finde ihn ultra geil. Und damit kommt der für mich in die engere Auswahl. Einfach nur, weil ich 250 bis 260 dann ein bisschen too much finde für mich. Und deswegen muss man sagen, es ist richtig. Geschmäcker sind verschieden. Manche sind eben falsch und manche richtig. Deswegen mache ich jetzt mit einem richtigen Geschmack und einer sehr guten Analyse weiter. Für mich auf Platz 1 muss der hier sein für die 150 Euro. Aber auch nur knapp. Wäre der wieder im Sale für 215, dann würde ich auf den hier gehen. Aber es sind halt dann doch nochmal 50 Euro mehr. Oder wie gesagt über 100 Euro mehr für den hier. Deswegen ist für mich der Orgni der Gewinner. Also mein Gewinner ist der, auch wenn es geschmacklich der zweitbeste ist hier aus dem Reportement. Ja. Bei mir gewinnen beide, sind beide auf dem gleichen Level. Weil mir einfach scheißegal ist, was der Lachs kostet. Der muss ins Regal, Alter. Es sind einfach ganz die Gefacts. Du wirst hier nicht enttäuscht. Wer den nicht koppt, wird gewobbt. Und es ist aber leider beim Highland Park genauso, Alter. Der muss auch auf jeden Fall gekoppt werden. Genau. Also das ist drei geile Fazit. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare trocken, warum die vierte Meinung, meine, scheinbar so scheiße ist. Oder ob ihr da zumindest mitgeben könnt. Ich hab nicht gesagt, dass sie scheiße ist. Ich hab gesagt, dass sie falsch ist. Warum sie falsch sein sollte. Oder ob ihr es genauso seht. Oder ob ihr es nochmal anders seht. Lasst einfach auch uns mal wissen. Ich hau jetzt ab. Nicht falsch sein sollte, sondern falsch ich. Ich bin wieder. Tschüss. Reichweiß.